Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf YouTube von QualX zu einem LS92 News Video. Heute schauen wir uns die Plantinium für Real-Projekte und Produktionsketten an. Die Anzahl vom 3. November, heute aktuell und wenn du keine weiteren News verpassen möchtest, Abo, Like da lassen, Glocke aktivieren um eben nichts zu verpassen, wünsche ich Ihnen kurz für 300 Abos und aus diesem Grund ein herzliches Dankeschön. So, wir werden gleich gefragt, seid ihr bereit für Plantinium? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ob du bereit bist, ob dich freust und an was du dich am besten freust. Würde mich sehr interessieren. Falls ihr immer noch glaubt, es gäbe in Silver and Forest der neuen Map nicht ausreichend zu tun, schaut euch die neuen Produktionsketten und Bauprojekte an. Falls ihr unsere frühe News verpasst habt, hier gibt es eine Liste, natürlich Link zum Blogbeitrag auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt viel zu tun in Silver and Forest. Wir sehen die Produktionsketten hier wunderbar, kann man sich auch gerne anschauen. Der Schwerpunkt von Silver and Forest liegt auf der Forstwirtschaft, sagt leider der Name. Allerdings könnt ihr einige vorhandene Felder nutzen oder auch eigene Felder anlegen, um der guten alten Landwirtschaft zu fröden. Aber wenn ihr euch auf den forstwirtschaftlichen Aspekt der Landwirtschaft konzentrieren möchtet, gibt es eine Menge zu tun. Da ihr die Rolle von Landwirten übernimmt, die in der Gemeinde von Silver and Forest als außerordentlich engarniert sind, habt ihr die Möglichkeit der Stadt dabei zu helfen, ihr Potenzial für Freizeitangebote voll auszuschöpfen. Es gibt Boote, es gilt Boote zu bauen und eine Achterbahn ins Rollen zu bringen. Geil, 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 oder? Dabei kommen auch all diese neuen Produktionsketten ins Spiel. Natürlich haben wir diese Kernfeatures, das wir eben Farmings 2022 eingeführt haben, um neue Güter erweitern, die ihr produzieren könnt. Liefert Holzstämme von gefällten Bäumen an die Papierfabrik, die Drechselereien oder die Fassfabrik und viele andere Produktionsketten. Bereit für eine Achterbahnfahrt, wir schauen uns das Ganze hier mal kurz an. Wir sehen hier, geil. Ja, ja, geil, mit Beleuchtung auch extrem geil. So, dürftig, danke. Gute Nachricht, ihr könnt die Achterbahn fahren. Oh Gott, ich bin ja jetzt schon extrem am Platzen vor Vorfreude, freu mich ja ehrlich, das hat schon drauf. Aber ihr müsst sie erst fertigstellen. Ach, und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Bau der Achterbahn ist ein langfristiges Projekt, das eine große Menge Ressourcen erfordert, die im Laufe der Zeit bereitstellen müssen. Jedoch Einstellung der saisonalen Länge dauert es mehrere Jahre im Spiel, bis die Achterbahn ins Rollen kommt. Schritt für Schritt müsst ihr Holz ernten und verschiedene Waren produzieren. Das heißt, wir werden ein Projekt machen, Achterbahn fertig und dann hört das Projekt auf. Das heißt, wieder ein langes, langes, langes Projekt. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Oder halbwegs, muss ich erst schauen. Je nach Einstellung, ja, haben wir es schon. Sogar unsere dazu talentierten Grafikdesigner in den Hammeria gebracht, um die Achterbahn fertigzustellen. Und also, obwohl sie Cheats nutzen, um an all diesen Ressourcen zu kommen, um den Prozess zu beschleunigen. Besonders, dachtet ihr, dass wir Screenshots vom Trailer produzieren? Was weiß ich bei euch? Oder Chaos dann? Also ist geil. 60, 5,831. Okay. Das Ganze ist auf jeden Fall passt. Es gibt 11 Schritte, um den Bau der Achterbahn abzuschließen. Habt ihr alles geliefert? Was für die aktuelle Baufahrt benötigt wird, könnt ihr jedoch nicht direkt in die nächste Fortbahn. So müsst ihr erst einmal warten, bis die Bauabreiter alle Ressourcen verarbeitet und die Achterbahn ausgebaut haben. So habt ihr genügend Zeit, weiterholz zu sein, um den verschiedenen Waren zu produzieren oder Eisen aus den Minen zum Metall zu verarbeiten. Wenn ihr mit all den aufregelnden neuen Maschinen aus der Weitung herumspielt. Der Faktschitz kann man sich anschauen, braucht man es nicht in die Bevorfreunde. Sobald der Bau abgeschlossen ist, wird der Achterbahn zu einem willkommenen Unternehmenseigentum, das für ein regelmäßiger Einkommen zur Boote bauen in der Werft. Das kennen wir glaube ich alle. M2 Steeps. Wunderbar, einfach und schnell. Wollt ihr unbedingt auch die Bootswerft aufsuchen. Anders als bedachtbar ist die Arbeit hier nie erledigt. Ihr könnt ein Boot nach dem anderen bauen. Und für jedes Boot, das in der Seegleiter verdient auch etwas dazu. Wir haben auch hier eine geile Animation. Okay. Da wird es dann gebaut noch kurz so. Der ist dran. Mit einem Wett im Hintergrund. Schön alles fertig und Rollstück und wumm. Wie geht es jetzt? Und hier unten fahrt schön. Das ist geil. Zwei Etappen müsst ihr durch die Lieferung von verschiedenen Ressourcen abschließen. Ein Boot ist ziemlich schnell fähig. Es dauert ein paar Tage, sofern die Ressourcen auf Lager sind. Falls ihr euch wunderte, Boote werden nach welchem schon erst täglich um genau 14 Uhr ins Wasser gelassen. Die Person, die für zuständig ist, scheint erst nach dem Mittagessen aktiv zu werden. Geil. Also Technikusgesicht ist einfach so geil. Und das war es auch schon hier mit dem LDS52 News Video. Denn mehr gibt es hier leider nicht. Leider. Es ist eh schon extrem geil. Ich freue mich drauf. Wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt, wie gesagt, Abo, Like, Lassen, Glocke aktivieren. Gerne auch das Video teilen, falls es jemanden anderen interessieren sollte. Dann natürlich Link zum Blogbeitrag unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus und sag Tschau. Aber das Video. Untertitelung des ZDF, 2020